Die Rude, einen Kescher, and then we are ready to go. Abfahrt, Leute. Heute hab ich richtig Bock, Alter. Heute müssen wir fangen, ne? Und dann sind wir auch schon ready. Gibt's doch auch Fische? Ich sag ja, Josch, die ist da noch nicht gut gefangen hier, ne? 91 hat die ist ja hier gefangen, glaube ich. Oder jeder Angel-Stream immer gefühlt... Oh, da ist er, Chat. Ai, ai, ai. Oi, 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 oi. Ist er drauf, Alter? Oh, not bad, Chat. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Was ist das denn? Ein Rapfen, oder was? Junge, das ist ein Monster-Rapfen, Chat. Das ist ein Monster-Rapfen, Alter. Das ist ein Monster-Rapfen. What the fuck? Alter. Was ein Rapfen, Alter. Willst du mich verarschen? Einfach der Monster-Rapfen, Chat. Einfach Rapfen, PB, Alter. Guck, Junge, der hat... Der hat ja safe, wie viel hat der? Der hat doch 80, oder nicht? Guck dir die Maschine an, Chat. Was ein Monster.